Lieber Martin, lieber Freddy, Fantasy, so lebt ihr euch schon seit langer Zeit, 20 Jahre und ich darf euch alles Beste, alles liebe Menschen, ihr seid beide ganz liebe Kollegen und Freunde von mir, auf das bin ich stolz, auf weitere viele erfolgreiche Jahre, das wünsche ich euch vom Herzen. Macht es gut, bis irgendwann mal wieder. Bis zum nächsten Mal.